Bis am frühen Samstagmorgen hat sich im Flachland viel Schnee angesammelt. Das Wichtigste zum Wetter im Ticker Heute Samstag gibt es in der Schweiz auch im Flachland ein weißes Erwachen. In der Nacht wurden bis zu 25 cm Neuschnee erwartet. Die Schneefälle begannen bereits am Freitagabend und führten schon hier zu großen Problemen. Im Kurer Stadtgebiet kam es gleich zu vier Verkehrsunfällen inner zwei Stunden. Zehn Uhr und sieben, gleich zwei Bahnstrecken sind laut SBB wegen umgestürzten Bäumen unterbrochen. Einerseits die Strecke Bern-Schwarzenburg-Bi zwischen Königsby und Schwarzenburg. Andererseits die Strecke Langnaubi-Luzern zwischen Wohlhosenlu, Schachenlu. Zudem sei der Bergbahnbetrieb zwischen Weggeslu und Regi-Kaltbadlu in beiden Richtungen unterbrochen. Grund dafür ist ein Naturereignis. Neun Uhr und dreißig, Schnee und Eis haben im Süden Deutschlands für Verkehrschaos gesorgt. Zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München mussten in der Nacht zum Samstag gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn, DB, mitteilte. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde vorübergehend eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. Neun Uhr und sieben, der starke Schneefall hat auch für den Flughafen Zürich einschneidende Konsequenzen. Laut der Flughafensprecherin Elena Stern arbeite der Winterdienst schon die ganze Nacht daran, die Pisten vom Schnee zu befreien. Bei großen Flugzeugen kann es bis zu 40 Minuten gehen, bis sie vom Schnee befreit sind, sagt Sternzunau, CH. Neben etlichen Verspätungen gäbe es auch zahlreiche Annullierungen. Stand neun Uhr wurden 22 Abflüge und 21 Ankünfte annulliert. Acht Uhr und fünfzig. Durch den starken Schneefall sind in der Schweiz dutzende ÖV-Verbindungen ausgefallen. So etwa mehrere Strecken der Bahn im Kanton Graubünden. Sie waren am Samstagmorgen unterbrochen oder nur beschränkt befahrbar. Eine Ersatzbeförderung war gemäß RHB nur sehr eingeschränkt möglich. Unterbrochen war die Arosa-Linie von Chur nach Arosa, wie die RHB am Samstagmorgen mitteilte. Auf der Alp-Uller-Linie war der Streckenabschnitt zwischen Bergün und Samedern unterbrochen. Auch im unteren Gardin fiel zwischen Estschanf und Zernetz ein Baum auf die Fahrleitung. Eine Ersatzbeförderung sei derzeit nicht möglich, weil auch die Straße gesperrt sei. Einen Unterbruch gab es auch auf der Strecke Islikon-TG nach Felben-Wellhausen-TG. Ebenso ist der Bahnverkehr im Bahnhof Efretikon-ZH eingeschränkt. Acht Uhr und dreißig. Der Schnee hat auch Deutschland fest im Griff. So bleibt der Münchner Flughafen voraussichtlich bis 12 Uhr lahmgelegt. Laut einem Flughafensprecher ist ein Winterdienst im Einsatz, bis ein sicherer Betrieb wieder möglich ist. Bisher seien für den heutigen Tag rund 320 von 760 geplanten Flügen annulliert worden. Passagieren wird empfohlen, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren. Acht Uhr. Am frühen Samstagmorgen wurde der Bahnverkehr zwischen Konstanz, D. und Kreuzlingen-TG unterbrochen, wie die SBB berichtet. Auch der Bahnverkehr zwischen St. Margrethen-SG und München, D. ist lahmgelegt. Laut der Deutschen Bahn, DB, sorgte der Wintereinbruch in Süddeutschland für Verspätungen und Zugsausfälle. Die DB ging davon aus, dass die Störungen bis mindestens 12 Uhr mittags bestehen. Wie Meteo Schweiz schreibt, dürfte der Samstag zu ersten Schlittenfahrten im Flachland einladen, viele Wiesen werden mit Schnee bedeckt sein. Der Boden darunter wird aber nicht gefroren sein. Weil die Temperaturen tagsüber auf bis zu 4 Grad ansteigen, dürften Schlittler nass werden. Im Tagesverlauf ist mit mehr Schnee, stellenweise mit Regen zu rechnen. Weniger Freude am Schnee dürften die Fans des FC Siong haben. Die Partie der Walliser gegen Stadioné vom Freitagabend musste wegen zu viel Schnee verschoben werden. Zuerst versuchten Helfer noch, die weiße Pracht vom Feld zu schaufeln, jedoch ohne Erfolg. Ein Fußballspiel war nicht möglich. Auch der FC Will konnte nicht wie eigentlich geplant den FC Schaffhausen empfangen. Wegen Schnee wurde auch diese Partie der Challenge League abgesagt.